Liebe Gläubige in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, liebe Schwestern und Brüder, sicherlich haben Sie es bereits über die Medien gehört. Die Versammlungsbestimmungen zum Schutz vor einer Corona-Infektion wurden gelockert und in Kürze können wieder Gottesdienste stattfinden. Es wird zwar noch einige Zeit dauern, bis wieder Normalität in unserem Alltag einkehrt, aber es ist ein wichtiges erstes Zeichen, dass wir uns wieder zur Eucharistie, zu Wortgottes feiern, zu Andachten und anderen Gottesdiensten sammeln können. Gerade in dieser schwierigen Zeit erfahren viele Menschen die Feier der Liturgie und das gemeinsame Gebet als Trost und Stärkung. Ursprünglich wollten wir Pfarrer, Diakone, die Seelsorgerinnen und Seelsorger in den Gemeinden erst am kommenden Montag über die Lockerung der aktuellen Beschränkungen informieren. Das hatten die vier Bischöfe in Baden-Württemberg in Gesprächen mit der Landesregierung so abgesprochen. Leider ist nun durch unterschiedliche Meldungen für mich überraschend, gestern und heute durch die Presse gegangen sind, eine große Unsicherheit entstanden. Deshalb habe ich mich entschieden, mich bereits heute an sie zu wenden. Die Verordnung der Landesregierung ermöglicht die Feier von öffentlichen Gottesdiensten ab dem 4. Mai. In unserer Diözese wird das ab Samstag, dem 9. Mai möglich sein. Dies hat unser Krisenstab nach reiflicher Überlegung so festgelegt. Das gibt den Gemeinden die nötige Zeit, vor Ort ein Hygieneschutzkonzept zu entwickeln und umzusetzen. Wir ermöglichen dadurch, dass sie in würdiger Weise miteinander Gottesdienst feiern können. Vorerst wird es nur eine begrenzte Zahl an Mitfeiernden in den Gottesdiensten geben können. Das Land Baden-Württemberg schreibt einen Mindestabstand zwischen den Gottesdienstbesuchern von 1,5 Meter vor. Die Arztüse Freiburg, beide Landeskirchen und unsere Diözese haben sich jedoch gemeinsam auf einen Mindestabstand von 2 Metern verständigt, um die Gottesdienstteilnehmer besser vor Infektionen zu schützen. Gottesdienste im Freien werden auf 100 Teilnehmer begrenzt sein. Ich bitte Sie, sehen Sie diese Vorgaben nicht in erster Linie als Restriktionen, sondern vor allem als Zeichen der Ermutigung. Diese Vorgaben erleichtern Gläubigen die Entscheidung, einen Gottesdienst zu besuchen. Die Kirchengemeinden können je nach örtlicher Situation entscheiden, welche und wie viele Gottesdienste sie feiern. Ehrenamtliche Ordner werden Ihnen dort bei der Platzwahl und bei der Umsetzung der erforderlichen Hygienemaßnahmen behilflich sein. Wenn Sie mitfeiern wollen, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Dies garantiert die Teilnahme. Besonders schmerzlich ist es, dass wir in den Gottesdiensten auf das gemeinsame Singen verzichten müssen. Für eine gewisse Zeit werden deshalb Kantoren die Lieder für die Gemeinde singen. Auch für den Kommunionempfang haben wir Regeln entwickelt, die das Risiko einer Infektion für Empfänger und Spender möglichst gering halten. Natürlich ist es weiterhin möglich, die Kommunion als geistliche Kommunion zu empfangen. Auch für die Feier der Sakramente und anderer besonderen Gottesdienstes wird es verbindliche Regelungen geben. Diese werde ich Ihnen in den kommenden Tagen mitteilen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich versichere Ihnen, wir tun alles, um nach menschlichem Ermessen ebenso sichere wie würdige Gottesdienste zu ermöglichen. Ich erbitte Gottes Segen für Sie und alle, die Ihnen nahe stehen. Es grüßt Sie in herzlicher Verbundenheit. Ihr Bischof Gebhardt Beispiele Beispiele